Ich denke dann, dass der Level 2 auf dem Post aufgelöst ist. Nicht der normal. Er läuft außen rum Richtung andere Seite von der Bank. Nein, ich glaube hinterher. So, ich gehe auf den Watchtower, okay? Ja, gehen wir auf den Watchtower. Und post den Haupteingang bitte, weil ich glaube, die haben nur ein Tor. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob da noch ein Tor hat. Im Süden. Doch, hier soll es. Ist die Tür aufgegangen. Ja, da ist ein Tor auf. Er kommt jetzt rein von der anderen Seite, wo die Stranden sind. So Stulle, ich weiß nicht wo du bist. Am Strand sagt mir gar nichts. Am Strand, wenn du vom Vitro kommst, quasi die Richtung von wo wir angeflogen sind. Da bin ich ganz nah am Wasser, glaube ich, gerade einfach lang. Hörst du mich? Ich höre dich, ich bin am Brace-Crisen, dass ihr Bescheid wisst. Ja. Also ich höre dich jetzt. Da ist Krieg. Auch einer. Firm Pitty. Ja, sehr gut. So Pitty, du deckst den anderen Eingang, der da jetzt offen ist. Er ist zu. Er hat mir wieder zugemacht. Okay, dann deckst du trotzdem den Eingang da. Wir räumen denen jetzt die Base aus, Jungs. Wir räumen denen jetzt die Base aus. Los. Ich bin jetzt fast bei dir. Ich sehe schon die Fortress. Also nur, dass ihr wisst, ich laufe gerade übers Feld. Okay, lot's mich. Lot's mich bitte, Jack. Sammle dich ein. Lande einfach. Ich komme. Ich bin direkt da. Wie weit? Und dann kann ich einsteigen. Da, rechts von mir. Hinter dir läuft noch einer. Kann das sein? Oder ist das ein Zombie? Nee, das ist ein Zombie. Das ist ein Zombie. Den habe ich gerade eben gepullt. Okay. So, dann komm mal schnell rein hier. So, wer ist jetzt hier mit mir in der Base? Pitty, ne? Ich. Ja. Okay. So, dann komm mal schnell rein hier. So, Jacqueline. Komm rein. Ja, bin drin. Okay, so. Jetzt, ich lass dich auch noch in der Base ab, okay? Da hinten ist einer an der Tanne. Warst du das? Ja, das bin ich. Ich bin in der Base. In der Base. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Ich will nur ungefähr immer deine Position wissen. Nicht, dass ich dich aus Versehen abknalle. Ich bin hier am Tor. Jacqueline, ich lass dich jetzt drinnen ab, okay? Dann kannst du dir was looten. Ja. Und ich hole dann noch unseren vierten Mann. Und dann räumen wir denen die Häuser und alle Leichen aus. Ich bin, wenn du jetzt am Strand fährst, liegt vom Wacetrack, am Ende vom Wald quasi, vom Mitruvize aus gesehen. Da bin ich am Strand, gerade auf dem feinen Feld, an so einem Stein, auf dem Strand vorbei. Okay, raus. Warte, jetzt bin ich raus. Ja, ja, und runterlaufen. Du bist auf dem links. Einfach runterlaufen, links von hier. Ja, warte, ich bin irgendwie ins Bier gekommen. Sorry. Jetzt. Ja, gut, so. Such dir eine Leiche. Und weg bitte mit den anderen beiden Rissen. Ich krieg Schüsse. Wieder am Tisch, äh, anders vor. Okay, du musstest zu den Tannen gehen und helfen, dem Pitti. Ich versuch jetzt schnell mal den Ding einzusammeln. Ich bin an nem Stein. Waste. Ich flieg jetzt, ich flieg jetzt hier am Wasser lang. Ja, flieg einfach am Wasser. Und du sagst, wenn du mich hörst. Ey, du kommst dir auf mich zu der Stein der hinteren. Ja, ne, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Der Stein der am nächsten am Wasser ist. Okay. Der jetzt dahinter bin ich. Dann lauf zum, lauf zum Wasser runter. Ich kann nicht am Stein landen. Ja. Wer? Ach, hier bist du. Wer schießt? Ah, da hinten ist einer am, 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 in der Nähe. Ah, ich seh ihn. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Wir schauen, wie wild am scrollen, wie wild am scrollen, wie wild am scrollen. Ich wär jetzt irgendwo dran gegangen. Bist drinnen? Sitzt du? Ja. Sieh mal Front Gunner wieder kurz. Ja, bin ich. Okay. So, wo habt ihr welche gesehen? Dann töten wir den schnell noch von einem. An dem Tor, wo ich den eingekillt hab bei mir. Okay. Und wo hat Frank eingesehen? Hier, der ist jetzt bei mir am Watchtower. Ich bin hier auch am Watchtower, gell? Schieß nicht auf mich. Nein, 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 nein. Außerhalb der Mauer. Außerhalb. Außerhalb am Watchtower. Okay. Pass auf, hier. Dulle. Ja. Scheine Aufgabe. Aber dann am Recht an dem, der jetzt... An dem beim Ding, oder die? Am IC offen. Ich hab ihn getroffen. Wo ist er? Achtung, er kommt zum Tor. Er kommt zum Tor. Welches Tor? Da, wo du gerade drauf zuläufst. Achtung, wird beschossen. Rechts von uns noch? Äh, vor uns. Ja, der ist erledigt, glaub ich. Habt ihr ihn? Noch einer? Da ist noch einer. Nee, nee, da hat noch einer mit Makarov geschossen. Ja. Irgendwo Windmühle aus der Richtung, oder? Oder auch noch an der Mauer von Watchtower. Ich seh gerade so schlecht. So, wer kommt jetzt... Wer kommt jetzt da an der Mauer? In der Base? In der Base bin ich. In der Base bin ich. Gut. Hast du eine Waffe gehabt? Ich hab eine AKM und eine SVD. Okay. Okay, guck mal. Hinter der Mini liegt noch eine Waffe. Hinter der... Ja. Hinter der Mini. So, Pitti. Ähm, du meintest, hier ist noch einer im Wald, ne? Bei dir. Ja, das könnte der gewesen sein. Das lass mich hier. Das lass mich einfach auch raus. Da läuft einer, da läuft einer durch den Wald. Da! Bist du das? Ja, okay, Pitti. Das bin ich. Pitti ist in der Base. Wir haben die Base sicher. So lange die Tore nicht aufgehen, die Tore nicht aufgehen, haben wir die Base sicher. Also... Aber ich würd sagen, du bleibst auf jeden Fall in der Luft. Ja, ja, raus erstmal. Ja, bin ich. Ich werd beschossen, ich bin tot. Ich war gerade am looten hinzugehen am Handy. Er hat eingeloggt irgendwo. Verdammt. Ich hab die Schüsse geholtet. Ich... Das kam von vorne. Ähm... Also... Linke Seite vom Tor ausgesehen von der Base. Ich war gerade daran, die Leiche zu bieten, um eine gescheite Waffe zu bieten. Irgendwo beim Bus oder was? Oder überall? Nein, beim Heli. Bei der Mini hinten dran. Direkt an der Leiche von dir. Bei der... Bei der... Bei dem Heli? Bei dem Heli in der Mitte von der Base. Und die Schüsse kamen von vorne links. Wer... Wer ist denn da hinten an dem Ural? Ich... Ich bin am Ural gerade an dem Ural. Okay, alles klar. Fitti, du musst weiter nur dieses Tor decken. Ja, ich deck nur dieses Tor. So. Und ähm... Am besten kommt jetzt Dings nochmal hier rein. Egal. In die Flying Fortress. Damit... Wer ist... Wer ist Dings? Willst du echt landen, wenn die... Stulle, steig mal ein. Ja, Stulle, du musst einsteigen. Wir brauchen einen, der aus der Luft schließen kann. Du kannst uns einfach alles wegholen, was da jetzt unten ist. Ja, ich bin unten. Du musst noch niedrig, 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 niedrig. Ja. Also ich bespawne jetzt neu und dann können wir auch tauschen. Kann gar nicht... Ja, bin drin. Kann ich auch in der Fortress sein. Geh wieder Front Gunner. Wo ist ein Haus auch? Das Haus ist offen da hinter Moral, der Level 2. Aber die Tür ist zu. Aus irgendeinem Grund wieder. Okay, gut, dann müssen wir... Ja gut, dann ist es egal. Ähm... Habt ihr den, der mich hat? Nein. Nein. Wir gucken jetzt, dass wir noch die Leichen gleich rufen hier. Ist ja vielleicht in einer der Watchtower. Also ähm... Von deren Haupttor aus, da steht ne Mie. Da direkt an der Leiche war ich am rufen und ich wurde von vorne links beschossen. Ja. Also Richtung dem Wald links. Ja. Genau, der war hier außerhalb irgendwo schon gebraucht. Okay. Ich hab halt grad die Sorge wechselt. Die AKM hat halt auch nur ein Magazin, da hätte ich nicht viel mitmachen können. Der könnte aber auch in seinem Haus gewesen sein, der Kugellager. Könnt auch sein. So, ich schau jetzt mal durch mein Zielfernrohr, ob ich da irgendwo irgendjemanden sehe. Mal kackeln, jetzt bin ich... Und Jacqueline, wenn du wieder lebst, Jacqueline, sag mal wo du bist. Ich bin am Strand, äh... Welche Seite muss ich denn laufen, dass das Wasser links ist, oder? Ich bin nicht sicher. Das ist für unterlich. Kommt drauf an. Lauf einfach durch den Wald und guck, was du dann siehst und dann sagst du's mir. Okay. Vorhin war's halt perfekt, da bin ich direkt an der Mauer vom Racetrack bis zu fahren. Ich seh halt nichts. Ich verscherte mich von wo die Schüsse kamen. Ich seh statt, aber ich weiß nicht, ob's Metro oder Stangrad ist. Ist der Stangrad, ey? Warte, ist das da vorne, liegt da was? Auf dem Feld? Jo, ne? Ja, da krabbelt doch was. Halt mal gerade. Krabbelst Leute, ne? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. 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 Du krabbelst du mit dem Tor. Ich bin. Oh nein. Wo war der jetzt? Der war mit noch im Feld. Aber nur mit Marco rauf. Das ist ja nett. Vielleicht ist der ja auch oben, vielleicht war der ja auch oben auf dem Stein da vor uns. Da haben wir früher immer gekämmt. Oben auf dem Stein, da links. Wir haben nicht geguckt, ja ja, wir haben jetzt nicht geguckt, wie weit bis weg waren sie leider. Das ist gerade ein bisschen dumm. Es war auf jeden Fall aber keine Marco rauf. Es war gemein ich auch. Ne, es war eine SA-58. Das war ja ja, oder AKM und so was war das. Genau, das habe ich auch gelesen. Vielleicht ist ja wirklich da einer gelesen. Vielleicht ist auch einer in einem Haus. Da läuft einer. Wo? Ja, das ist Pitti. Ja, ich bin hier, ich laufe hier. Okay. Zeig dich da mal nicht so kraft, bitte Pitti. Direkt eine Fire Station am Wald an der Straße. Ist das Steingrad oder Metro? Ja, Steingrad. Okay. Du Stulle, hast du ne Waffe? Nee, ich habe gar nicht. Ich wollte keine Waffe looten. Okay. Pass auf, ich lande jetzt hier kurz und zwar so, dass du die Waffe an der Marine looten kannst, okay? Ja. Und dann fliege ich wieder los und hol... Oder ich loote den, wobei die am Bus siehst. Ich weiß nicht, ob ich die Waffe schon bekommen habe. Ihr müsst dann eventuell nicht. Ich holt an der Marine ab. Pass auf. Das ist mit Metro, meinst du? Okay, Samuel meint, das ist mit Metro. Okay, wenn Samuel sagt, das ist mit Metro. Dann ist das mit Metro. Die direkt an der Straße. So, genau vor und... Ja, Hochhäuser dahinter in Fire Station. Ich bin bei der Fire Station. Oh Gott, oh Gott. Los raus, 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 raus. Davor. Ja, aber wenn ich die hier... Ja. Musst du versuchen. Wenn nicht, dann wissen wir, wo er ist, wenn du wieder stirbst. Du hast ja gerade nichts zu verlieren. Ja, das ist schön. Nimm einfach, geh ins Tier und dann lauf mal links und rechts hin und her beim Looten. Das kenne ich wohl. Ja. Der schießt gar nicht um mich. Nee. Ja. Ich habe eine DMR auf jeden Fall. Okay, weiter bitte die Base decken. Ganz wichtig. Hab ich vor? Und ich hol schnell Jacqueline ab. Ich überleg, ob ich... Warum Jacqueline ab? Ich gehe einfach auf einen anderen Watch Store, oder? Hast du eine DMR mit 6 Max gefunden? Niemals auf Watch Store. Ach, da hinten war der. Okay. Wie viele Max hattest du nun der DMR gerade? Drei hab ich jetzt. Wie viele hattest du mit Pity? Tor geht auf! Das Tor? Okay. Tor im Wald. Tor im Wald geht auf, Jungs. Ja, das ist der, der mich... Oh, ich bin rausgefallen! Was war denn das? What? Du wurdest von Iron Knight getötet, aus 12 Meter Distanz mit einer M4A3CCO angeblich. Pity. Pity, ja. Ist noch einer drin jetzt hier von uns? In der Base? Ja, ich! Okay. Alter, war das gerade die Fly Fortress? Die ist einfach in der Luft explodiert. Was? Ist der Thor noch offen? Die wurde aber doch gar nicht beschossen. Hey Thor hat er wieder zugemacht. Aber ich hab ihn dann erschossen. Ist er tot, ja? Ah ja, er ist tot, ja. Da steht ja, da... Da steht ja, da glaub ich noch einer vor, oder? Die Fortress ist einfach explodiert. Die Fortress ist einfach explodierend. Hey! Ach! ok und was jetzt jetzt warum wir war schon ich sagen ob meinst du das war gehackt oder wie alter die ff ist einfach explodiert ohne irgendwelche fremdein bist du bist du vielleicht an irgend so eine windmülle nein 100 pro nicht guckst du die loks durch